Moin Leute, hier zurück bei Horizon Forbidden West mit der nächsten Brutstätte und zwar ist es Brutstätte Xi, das weiß ich schon, da gehen wir gleich hin, das ist einmal, kurz zeigen, da hier ist Dornmarsch, dann hier unten einmal unbekannte Brutstätte, da ist auch noch dieses Strand und so, da im Berg drin, ja mal gucken was da kommt, müsste auch die letzten sein, soviel ich weiß, also haupte zumindest, auf große Zeit mich auch, neue Sachen geholt, äh Pleiten, Pech und Pan voraus übrigens, äh, weil ähm, ja, ich bin nicht konzentriert, wahrscheinlich. Jetzt unterschrei ich ihn nochmal weg. Braucht' ich doch noch, zum Essen. Okay. Vielleicht fährt noch ein Weg hinein. Das war das ganze Geräusch. So, ich hab schon mal gesehen, dass man hier irgendwie lang kann, da haben wir schon mal was angeguckt, ich weiß gut ihn aus, aber... Warum ich das gemacht hab, wenn ich hier nicht wieder irgendwo festhänge. Warte mal, da liegt doch wieder fest. Äh... Einmal kurzen Moment, kleinen Moment. Konzentriert. Da unten muss ich rein. Da umgeht man wahrscheinlich auch den Pirscher. Das bestimmt irgendwo... Siegner ist hier und Pirscher ist hier auch mal lieber Minen wegen. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Diese Wände. Die zugeworerte Brutstätte, die ich entdeckte. Vielleicht gehört das hier dazu. Was wird hier garantiert dazu? Ein Fledermäuschen. Oh, hier sieht's ja übel aus. Joa, das sieht echt übel aus. Haha. Musik wird auch wieder böse. Naja, wie gesagt. Pleitenpärchen waren voraus. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch weitergehen, aber ich überrühre mir trotzdem mal irgendwo als... Ne, kann ich ja gar nicht überrühre. Naja, weiß ich. Ich glaub noch rot. Okay, ne, ich muss da lang. Okay. Das ist natürlich... verwirrend dann, ne. Warte, warte, hier noch was zu nennen. Ne, ne. Salud würde ich auf jeden Fall alles mitnehmen. Oh, was war das denn gerade? Nein. Es hat geklappt. Jetzt sollte ich den Vorsprung erreichen. Okay. Also es ist Stufe 30. Normalerweise müsste es einfacher sein hier. Die große Wutstätte habe ich schon erledigt. Aber, äh, ja. Das werden wir sehen. Wie gesagt, dass hier einfach so wird. Okay. Okay. Ein Jägerkiller. Ein Wächter für andere Maschinen. Oh, cool. Sie waren offenbar fleißig. Okay. Wollen wir den da hinten eben kurz wegzunudeln. Das Geile ist auch, dass der wieder aufsteht, ne. Die liegen auf dem Boden, da treffe ich sie und stehen direkt auf. Ich muss einen Weg hier rausführen. Der ist so ein bisschen Weg rein. Der ist da. Vielleicht kann ich ja rausklettern. Moment. Wie gesagt, ich muss immer alles mitnehmen. Das sage ich in jedem Video. Ich war jetzt nervend lang, aber ich muss es sagen, weil ich weiß nicht wer wie wann guckt. Deswegen, ich muss hier alles mitnehmen. Das geht eher anders. Das habe ich sonst. Das geht nicht. Nee, nee. Jetzt ist ja noch alles ganz einfach hier. Nein, das weiß ich nicht. Das Ding steckt fest. Es muss einen anderen Weg geben, die Kiste zu lösen. Ich sollte besser an den Fenster ziehen, als ich auswählen muss. Es geht einfach mal aus, dass das richtig ist, ne. Also, hoffe ich. So. Ah. Okay. Jede Bootstätte hat etwas Neues, nicht. ich zum vorsprung hochklettern kann okay los geht's okay los geht's nicht soll das so sein ich weiß nicht hätte auch gleiten können nicht dann gleiten aber vielleicht den weg gespart vielleicht schon max level wie ein video level 50 habe viele sachen noch nicht erledigen können haben wir jetzt gerade mal durch gespielt hier alles das was ich aufgenommen habe auf meinem channel für das spiel das habe ich auch nur gespielt mehr nicht weil ich musste eigentlich noch mal anfangen meine ganzen beutel abzubraden ich müsste noch mal tierchen jagen gehen und so aber das kann man alles noch irgendwie das wird kein kinderspiel vielleicht gibt es hier was mit dem ich kämpfen kann das ist hier was mit was ich kämpfe in dem ich kämpfen kann wie ist das denn äh ja feuer schwach ich überlege gerade ob ich mal äh noch ein paar ich habe feuer fallen gar nicht mit aber vorher habe ich so mit ne oder denn ist noch so ein vieh hier auch feuer ich möchte das erstmal anlocken ne falsch er steht auch in wachen warte erstmal er soll ich das wagen weil ich kann ja noch mal warte mal ich kann noch ein paar fallen stellen hier habe ich so eine feuer fallen nicht wir werden weiter ziehen ich muss nur mal ruhig bleiben hier voneinander habe ich noch nicht endlich zur springfalle guck mal jetzt ich weiß nicht mal seinen laubweg packen hier irgendwie ich weiß gar nicht wie ich oben sitzen kann ne gleich nicht ok also es ist wie ich fühle mich ein der Jetzt ist es eine wütende, brennende Maschine. Ich hole meinen Puls auf. Voll reingerannt, sehr nice. Das war jetzt irgendwie gut. Das war jetzt ja gar nicht schwer. Also bis jetzt zumindest noch nicht. Joa, so kann man es auch machen, ey. Okay. Ein paar Fallen legen. Die richtigen Fallen mitnehmen. Elite-Fallen. Das kann ich später auf den Zorrat nehmen. Ich habe mich auf jeden Fall den Kampf größtenteils erspart gerade. Gute Sache. Will ich jetzt schon alles looten oder noch nicht? Fragen über Fragen. Sechs Springfallen habe ich okay. Wo ist denn jetzt der Kern? Da hin. Von hier aus komme ich nirgends hin. Über diese Schienen gelangt sonst Material zum Brutstättenkern. Wenn ich ihnen folge, finde ich, was ich suche. Es muss einen Weg aus diesem Raum geben. Da habe ich mich einfach um verstecken können, oder was? Okay. So, ich muss dann kurz den Raum herkundigen. So, ich muss dann wieder suchen vom Feinsten hier. Da umüber muss ich irgendwie. Da ist das Schienensystem. Da muss ich wahrscheinlich weiter. Okay. Was ist das für gruseliges Eckchen? Die Frage ist, wie kommt das jetzt hier irgendwo hoch? Da, wo ich jetzt hin muss, eigentlich? Wenn ich den Arm irgendwie bewegen könnte, kenne mich vielleicht an die obere Plattform heran. Arm bewegen. Ah, ah, ah. Die von hier anscheinend nicht. Was ist los? Ja, ich muss erst mal überlegen hier, was muss ich machen hier. Was muss ich machen hier? Was muss ich machen hier? Den Arm bewegen. Ja. Wo ist hier was? Irgendwie. Oh. Ist hier irgendwas zum Aktivieren? Hm, anscheinend nicht. Von da oben bin ich runtergerutscht. Da komme ich jetzt nicht mehr wo anscheinend. Ich hoffe doch. Da. Okay. Ja, wo ist mit dir auch nix? Bestimmt kann sich mein Zugwerfer an diesem Metallarm einhaken. Ihn vielleicht auch bewegen. Ach so, warte. Nee, oder? War ich das immer schon? Woher musst du den denn ziehen? Nein. Ich muss das wohl in die entgegengesetzte Richtung drehen. Da war ich doch eben auch schon oben. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, da hinten wollen wir da hin, oder? Ist doch falsch, ob ich das gemacht habe. Der ließ sich vorhin aber eben nicht ziehen, oder? Ja, shit. Falsche Richtung. Da waren wir eben schon drauf. Okay, gut, sorry. Ja, die sind ja ein bisschen schneller drehen. Nein. Ja, so ist das Leben bei Horizon, ne? Man muss ja einfach mal in die falsche Richtung ziehen. Es ist viel ein bisschen doof, dass es auch in die falsche Richtung geht, aber man kann es ja auf einmal rumdrehen, aber dann hätte es noch länger gedauert. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd. Und was stehst du bitte da? Oh, da ist doch nicht blöd. Sorry. Oh, da ist noch ein bisschen blöd. Wooh, unten abwärts. Das geht bestimmt nicht so einfach jetzt. Ah, hier würde irgendwas kommen. Sie ziehen sich harmoniert aus. Ich leg mal kurz ein paar Pfeilen. Holen wir diese Überbrückungen. Etwas stimmt nicht. Standard, scannen die auf dem Kahn und die Exxon. Da ist keine Objekte. Offenbar reguliert das hier die Energie, die durch den Kern fließt. Voll wieder Spur. Zumindest kann ich so seiner Spur folgen. Äh, ja. Spur, holen. Wie denn? Da einfach. Eine Ladungskiste. Könnte nützlich sein. Ich würde sagen, da muss was drin sein. So, wo soll ich jetzt hinschieben? Da? So, ja. Das sollte kuchen. Ich kann die Lüftung raufklettern. Ja, aber da sind noch mehr Wegweiser hier. Hä? Ach so, ja. Ich will, dass ich da hochgehe oder was? Ach so. Wahrscheinlich ja. Ja. Ich will schneller. Ey, Leute. Kein Zeit. Ach, das ist doch die Wegweiser. Jo. Das war ja klar. Das hat jemand passiert. Weil ich jetzt zu langsam war. Dankespiel. Oh man. Mann. Komm. Ey, Loi. Schnell. Schnell. Noch schneller. Er ist gar nicht so schwer so hochklettern. Malerweise springt hier was ich wohl rum und keine Ahnung. Da geht es jetzt nicht hin oder was? Na, ist doch gut. Ich hab's nicht gedacht, dass es so lange dauert hier. Woher macht er nichts? Mehr Spielzeit. Mh. Äh. Ist das ein Schrotthaufen? Der ist ja unfassbar groß. Fokus. Die Maschinen suchen offenbar der Wohnstätte nach Teilen. Warum sind sie noch hier? Ich brauch meinen Fokus, wenn ich hier etwas finden will. Das war's nicht. Nicht das Teil, das ich suche. Gefunden. Okay. Oh. Ich will dir wohl nicht, dass ich dein Zeug berühre. Aber das Teil gebe ich nicht wieder her. Tada. Ich brauch mal kurz was hier. Weil ich ja vollständig hab. Nee. Schwere als es aussieht. Äh. Wo soll ich jetzt lang? Hier zurück suchen, oder wat? Warte mal. Da hinten hab ich doch eigentlich nie dazu loszuhalten. Guck mal. Da hinten hab ich doch eigentlich nie dazu loszuhalten. Guck mal. 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 Ich glaube, da lang kann ich nicht zurück. Vor allem nicht mit Gepäck. Äh. Ich muss ein sehr lustig spielen. Da oben komme ich ja. Wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Muss ich da lang? Aha, hier, guck mal. Ich muss da hinten lang. Und dann muss ich hier wahrscheinlich eine Brücke aktivieren. Und dann kommt die Brücke rausgefahren oder so, ne? Aus, als wäre hier eine Brücke gewesen. Ja, richtig. Ich muss sie reagieren, um das Teil hinüber zu schützen. Genau, ja, toll. Uh, das war knapp. Nein. Äh, Äloi, du, ich guck doch da... Okay, wir müssen noch eine Etage tiefer, sonst klappt das wahrscheinlich. Äh? Äloi? Boah, das war jetzt aber ein bisschen komisch gerade. Genau so. Ja, genau so nicht. Oh, das ist doch nicht so groß wie die Bootstelle, war schön gemacht hier alles. Ganz gruselig, ey, kann ich nicht anders sagen. Sackgasse. Ob der Knoten was bringt? Der schon wieder. Wenigstens weiß ich, dass ich von hier zum Kern komme. Mit diesem Metallarm kann ich das Teil auf die andere Plattform bringen. Ach, nö. Wirklich jetzt? Ach, nö. Äh, das kommt ja nicht hoch. Jetzt muss ich den Arm wieder zurückziehen, dann das Ding raufpacken und wieder zurückbringen. Alter, das dauert richtig lange. Ich muss den Arm hier her holen, dann das Ding rauflegen, dann rüber. Oh, 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 oh. Sehr lustig, die Bootstelle. Nee, nee, nee. Schon da. Nee, 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 nee. Mann, er hat jetzt nicht gedacht, dass es doch so lange dauert hier. Nein, 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 nein. Kann ich irgendwie mehr Schwung reinhauen da, irgendwie, das Ding sich ein bisschen weiter drehen. Ja, von denen. Begut ihn wohl nicht, dass ich ihren Schrott plündere. Ah! Das war jetzt nicht das Richtige, das würde ich gar nicht tun. Oh, man. Oh, man. Äh, 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 äh. Oh, man. Das passt. Uka? Uka? Nein. Nein! Geht voran! Ich muss das Feld im Kern schaffen. Es war schnell! Ja, sind wir gleich. Keine Panik. Tja, warte ich mich einfach hier fast kaputt, ey. Was soll das denn? Aber geschafft, ja. Aber geschafft, ja. Jetzt kommen die da einfach und, äh, kommen die hier einen einschenken, ja. Ich wünschte noch mehr. Ein bisschen noch. Ey. Alter, Eloi. Ab und zu springst du echt wie so'n Vollhorst, ne? Also... Das geht mir richtig auf den Zeiger dann, ey, wenn die so komisch springt. Dann kriegst du echt Prise. Ach. 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 Ja, 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 ja. Ach. Ach. So. Beutelplatz nicht verfügbar. Sei es nicht, ich muss das bei vier Dingern machen. Ah, komische Geräusche hier. Schlingel die, ein Schlingelzahn. Okay, ich bin sehr viel zusammen, das ist gut. Gut. Das soll so nicht sein. Oh my. Gut. 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 Keine Schrott. Doch nicht. Alter! Krass. Alter. Ich hab echt zu wenig Tränke tragen, das ist echt gut. So, ist mir noch etwas anderes zum Looten noch? Ich muss mir kurz einmal scannen hier. No, was ist denn was? Ihr sollt alles mitnehmen, Leute. Alles mitnehmen, sonst A-Karte. Als ob die einfach zu wenig Material gibt. Ich hab's erstmal hier in der Halle liegen gelassen, hier an Ressourcen. So. Ja. Das musst du mitnehmen. Da hinten noch. Ah, hinten vielleicht noch. Ne, da komm ich gleich ran. Ne, da war ich schon dran. Gut. Das hoffentlich war jetzt alles hier. Ja, nice. Nice, nice, nice. Du, das müssen die alle haben, glaube ich. Ja. Mehr Überbrückungen zum Wiederherstellen. Okay. Ja, schön. Geschafft. Ja, jaja. Schätze, ich spreng mir den Weg hier raus. Puff. Tadaaa. Fertig. So, jetzt gehen wir mal kurz zu Basis gucken, ob ich da irgendwas upgraden kann. Mal gucken, wo die ist. Da. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwelche Upgrades machen kann für Überbrückungen. Wie gesagt, eine Überbrückung ist noch nicht heile. Die Pirscher Überbrückung muss ich anscheinend wo nochmal machen. Moment mal, ich guck mal hier irgendwo. Äh. Ne. Das war's auch nicht. Äh. Was sind wir da denn alles noch? Okay. Trockensehnsucht. Was ist das? Maschinenrennen. Achso. Okay, ein paar Sachen habe ich hier halt noch offen, ne. Das ist halt so. Aber die machen jetzt erstmal die Hauptsachen. Also die wichtigen. Fertig. Musik. 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 Wo war er denn? Ich bin der könnte Lud-ap簡單isch. Dann wurde ich da. So. Kann ich aufgrehen? Na gut. Kann ich nicht. Kann ich nicht. ein paar sachen fehlen halt noch ein paar sachen habe ich fertig gemacht ein fragezeichen ist wahrscheinlich dann wenn man alles hat gehe ich von aus aber wie man sieht sie sind einige sachen offen wo ich das material verbrauche leider aber wie gesagt zum ende hin wenn man durch alle überbrückung hat und kriegt man hier diese besondere unbekannte maschine das für mich mal interessieren was ist ob ich es noch schaffe ist fraglich aber bootstelle schie ist fertig und danke ich mich herzlich fürs zusehen reingehauen bis nächstes mal hier bei horizon forbidden west